Noch mal bitte! Also, war es so angemeldet, wie Türkisch sein und heißt Englisch? Das hat man nicht so gemacht, dass ich mich jetzt nachmahne. So weit, so gut. Aber was geht's dir denn Stück, mein Sohn? Jaaa... Habt's mir nur noch ein bisschen verstanden? Ist der Sound so schlecht? Jaaa... Also, ich weiß nicht, ob wir blöde Texte hier machen, oder wie? Wollt ihr wissen, ob es da geht? Weil der Platz nie wieder. Jaaa... Weil man hört das immer, oh, egal, jetzt haben sie diese Fangstücke, da wollen sie ein bisschen aussohlen, weil der Rest immer so schnell ist. Ja, es geht ja was bei dem Stück, er sagt. Unser Freund Branton Welch erschleben, der war ein Rassist, der sowieso sein sollte, als er an ihre Auszeit getroffen hat. Und es kam hin zu einer Probe, er hat auch wieder so etwas gespielt, wurde von seinem Vater vertruttet, als er gesagt hat, dass er wirklich bei uns spielt und musste zurück nach England sein, in England, oder? Er hat diesen Text geschrieben, und es geht um Amerikaner, die auf die Bergdurchfall gehen, und das gilt, ich soll sagen. Little Big LeRoy was under pressure. Also ist das auch mal geklärt, was wir wieder spielen, ja. Und er trinkt immer mehr, und es liegt alles nur verschwungen. Also, was soll das nicht machen, Schöne erklären, ja. Aber das war ja nötig. Ihr wisst es, wie ihr nicht gekommen seid, wenn ihr das nicht erfahren wollt, ihr wartet nichts.